Die Freundin von mir, eine Sängerin aus zu Italien, ist sie auf Besuch gestern und heute gekommen in Deutschland. Sie hat ein Lied vorbereitet, spontan, wo wir zusammen singen werden. Ein ganz altes Lied auf Sizilianisch geschrieben habe, die heißt Versi por Alberta. Sie spricht überhaupt kein Wort Deutsch, also ich kann alles erzählen, was ich will. Sie ist da hinten, die wartet an, von der sich ihren Namen sagen. Sie ist sehr nervös, bitte ein großes Applaus, wenn sie rauskommt. Also, ein großes Applaus für Stefania Guerra. Für mich das Grösste ist, dass die Welt jetzt ein Lied auf Sizilianisch singt. Sie kommt aus Abunen, ein ganz anderes Gelekt. Sie sind das gleiche, wie einer aus Flensburg plötzlich Bayerisch spricht. Sie sind das gleiche, wie einer aus Flensburg. Sie sind das gleiche, wie einer aus Flensburg. Er ist das gleiche, wie einer aus Flensburg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020